das hätte ich gerne die eine SD-Waffe für Zombies wenn ich gehört werde aber kann ich es machen ich werde mich nicht kürzlich entlangkriechen weil da hinten war auch ein Zombie weiß nicht wann man jetzt ein Video gesehen hat bestimmt oder wenn man aufgepasst hat weil wir auch viel später als ihr gesehen ich weiß nicht warum es zweifelig ist man den Zombie im Video sieht ich habe keine Ahnung das ist a very confusing situation for me ok da läuft der weg das ist gut das ist er ich auch ganz anders ist jetzt spiel als gerade ich weiß auch nicht warum ich vorhin ich hatte da nicht sonderlich Lust dir zuzuspielen wie jetzt da vielleicht ist das auch einfach eine autokolle Taktik von mir um vorhin konnte ich mich ansprechen da konnte ich spielen wie ich will und jetzt spreche ich darüber wie ich jetzt nicht so spiele wie ich will weil ich nicht mehr jemanden zu sprechen habe das wäre eine Idee und dieses Video wahrscheinlich weil die so lang ist aber es ist eine Idee so keine Fahrzeuge ist es schon okay ist es schon okay ich komme damit zurecht so ist einer wisst ob da eine Feuerwache ist ich sehe auf jeden Fall spiele ein Elektro ich gehe mal in Richtung Feuerwache da kann ich mir vielleicht bisschen was abgreifen vielleicht noch eine bessere Waffe das ist sowieso noch für mich unerklärlich warum in der Feuerwache Waffe liegt das verstehe ich irgendwie nicht gibt meiner Meinung nach irgendwie keinen Sinn ich meine das ist eine Feuerwehr vielleicht bewaffnet okay Schläuche aber das Wasser was ist da vorne als ich hier der Bahnhof seiner Vorhands die Kranken die Krankenhaus das ist aber mal ein Supermarkt glücklich so rein hier gleich bisschen Essen einpacken Rucksack natürlich das ist jetzt schon offen ich gehe damit nicht aus ne ach hier hier noch so sollte erstmal reichen ich will jetzt auch nicht so viel mitnehmen da habe ich noch Platz für das hoch was sonst sich die Schauspieler noch was Ach du Scheiße, bin ich erschrocken Ach du Kacke Ah, der war in der Feuerwache, oder? Ich glaube, da war eine Feuerwache So, hoffe ich, dass wir jetzt schon eine Anfangswaffe haben als so einen Shotgun Der war doch auf der Feuerwache, oder auf der Feuerwache, oder so Denk ich, naja, ist eben nicht so eine gute Idee Auf so einen großen Server, in eine Großstadt einfach zu gehen So, immer in Richtung Berge Da kann man sich sicher sein, damit der Land ist Eigentlich In Arma ist das immer ein bisschen was anderes, aber ich vertraue einfach mal Ah, was sage ich? Land Und zwar nicht die Art von Land, die ich mir erhofft habe, so mit Häusern und so, aber Besser als Wasser Wie sind hier in der Nähe drei Spieler? Hier ist nichts Überhaupt nichts, okay Naja Funktioniert auch so oder so Ich mir auch das nix aus Ist mir ziemlich egal So, kommen wir mal da hoch, vielleicht haben wir da einen besseren Ja, was heißt vielleicht, wir haben da einen besseren Aussichtspunkt Und hier ein bisschen in der Landschaft umzugucken So, haben wir noch eine halbe Stunde bis zum Wüstert Ich denke, beim Wüstertuch da noch die Aufnahme beenden fürs Erste Ja, und mach dann eben nächstes Mal weiter Weil dann dürfte ich erst mal genug Folgen für die ersten Für die nächsten paar Tage haben Vielleicht auch später noch ein bisschen Zeit, dann kann ich noch mal aufnehmen Aber für das Erste soll es auf jeden Fall mal reichen Komm, beeil dich Vielleicht, ich folge auch gleich später auch damit Wenn wir ganz sicher um Sagen wir 15 Uhr bekommt 15 Uhr ist ne gute Zeit Obwohl ich finde, das wird sich nervig, wenn Wie weit ist das weg? Da ist es Rennen wir einfach mal hin Sagen wir schon zu verlieren Ich meine, wir haben nichts Also Kann ja nichts verlieren Ah, es geht zu weit weg Wir müssen trotzdem mal langsam in Richtung Zivilisation kommen Und in irgendeine Richtung muss wieder zu gehen Und so, machen wir nicht die Ich war all die Nasen Ich war all die Nasen Was ist das denn überhaupt für eine Schneiße im Wald? Wo ist das denn, das dürfte ich hier irgendwo Bin ich so weit außen? Was? Ich dachte schon Ja Hier sind wir circa Und so ist das nur, weil das sah vor uns aus Doch hier, das sieht doch so aus, als was ich wollte Hm, komisch Mach ich mir das mal wieder Und renne in die Richtung Was? Oh, die tt What? Das soll ja irgendwo sein, ich denke mal das rote, sagt, dass da was ist oder so Da hört es das gemeint, dass vor dem Chat stand Und nicht Das grüne, möchte in das rote Stopp gar nicht Der Rieser ist in 28 Minuten Das ist ja voll unrealistisch So Wir haben auch schon fast den ersten Kilometer geschafft Gerne doch etwas schneller als erwartet Fast den ersten Kilometer, kann man sagen Fast den ersten Kilometer, vielleicht doch ein bisschen viel No? Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.